Herzlich Willkommen auf Team Football. Heute gibt es mal ein kleines Fußballquiz und zwar müsst ihr die Nationalmannschaften anhand der Klubs, wo die Spieler der Nationen spielen, erkennen. Heute habe ich das noch relativ einfach gestaltet mit großen Nationen, die man kennt. Lass gerne ein Like da, dann kommen auf jeden Fall nochmal ein paar schwierigere Teams dran. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch schon los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.